Hier oben sehe ich nirgends eine Stadt. Hier ist noch Gebiet. Hätte ich doch das ganze Zeug in der Hauptstadt verkaufen sollen. Kann ich aber immer noch machen, wenn wir dann in der Hauptstadt sind. Wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg. Oder ich kann was bei der Stadt hier verkaufen. Vielleicht. Das ist ja eine Stadt hier, oder? Ja, hat aber kein Stadtgold. Hat nur ein paar Vorräte. Das ist ja eine Stadt. Das ist ja eine Stadt. Das ist ja eine Stadt. Und wahrscheinlich kommen da von dort die Elfen noch. Sagt mal, der Zauber... Mach doch nicht, dass die mehr Schaden kriegen. Okay, wir haben alle Höhlen auf der Straße beseitigt. Was soll gerade auf dem Platz und kündigt die Evakuierung an? Sagt die, sie sollen alles notwendig mitnehmen und sich auf eine Reise in die Hauptstadt vorbereiten. Aber die Straße zur Hauptstadt, wie wir das von Monstern, könnt ihr für unsere Sicherheit garantieren? Ich habe mich um die Monster gekümmert. Die Straße ist jetzt wieder sicher. Gut, dann werden wir sofort aufbrechen. Gut, dann werden wir sofort aufhören. Let's go! 15 müssen über die... Oh, Elfenkrieger, okay. Da frisst Feuerbälle. Und ja, ein Stufenausstieg. Ein Stufenausstieg. Wir sind unter Attack. Ja, ein Stufenausstieg. All right. We're going. Sagen wir mal so, Vampirismus könnten wir jetzt mal lernen. Die brauchen meine Hilfe. Nahrung, um zu wachsen, die geben wir gerne. Weil auch wenn sie kein Geld haben, bringt uns das trotzdem die Belohnung. All right. Imperiale Festung. Hm, wo ist denn die? No one will escape. Hauptstadt kann's ja nicht sein. Die Bürger werden angegriffen und müssen beschützt werden. Äh, wo denn? Ach, hier an der Stelle. Townsmen are... Too many Townsmen died. Sind so viele Bürger gestorben. Hä? Okay. Okay. Extra men? Jetzt gucke ich mich erstmal um. Dass ich gucke, wo die imperiale Festung ist. Also da ist nichts. Hier ist ein Ort. Ah ja, das ist die imperiale Festung. Ork. Orklager und Schamanenhütte. Hier sind also Orks. Hier sind also Orks. Jetzt dürfen wir übrigens auch mal die Hauptstadt sehen. Ja, und hier sind... Monsterhöhlen und Tote. Oh, da ist ein Magier eingesperrt. Also ja, hier sind viele Untote und noch viel mehr kaputte Städte. Ich, und nur ich. Also es gibt... Vier Magiertürme. Hä? Just think. It's already done. We're going. Just think. It's already done. Hurry, let's go. Ah, Tatsache. So kann ich mich... Hurry, let's go. We're going. Hurry, let's go. Jetzt müssen wir aber von hinten her die... Monsterhöhlen aufräumen. We're going. Just think. It's already done. No one will escape. We're going. We're going. It's already done. We're going. We're going. We're going. Hurry, let's go. It lost. To victory. What? Certainly. Hör auf, meinen Magier anzugreifen. Ich kann nicht schneller gehen. Burn. Kein Problem. Es wird getan. Was? Hör auf, los geht's. Also die Briganten und Jäger werde ich dann beim Dorf lassen, um die Elfen dort hinten, also die Miliz zu unterstützen, die Elfen dort abzufangen. Und meine Haupttruppen werde ich hier positionieren. Oh, ich hab den Rekrutierer verloren. Also die Witz-Einheit hab ich verloren. Und leider bringt es auf dieser Map auch nichts, einen Geist zu beschwören. Äh, falsches Fenster, das da wollte ich. So. Ready for battle. We'll stick em. It shall be done. It is done. No problem. Arayan hat halt folgendes aufgehoben. 200 Nahrung und, äh... Wälder braucht Holz diesmal. Okay. Dann gucken wir mal, wo er so was ist. Ihr habt die Nahrung aufgehoben. Das heißt, 200 Holz kann ich dir geben. Du steckst mal die Nahrung ein. So. Ja, jetzt fehlen nur noch die Warrock-Höhle hier. We'll stick em. What? It shall be done. Ready for battle. What? Alright. We'll stick em. Just think. It's already done. Hurry. Let's go. Is Magio? What do you want from an old Magia? It's dangerous to stay here. You'd better go to the capital, sir. I won't leave my house. If I'm destined to die, I'd rather die here. I'm glad to see such a lovely young face. I haven't had a visitor in ages. My herbs and potions aren't in demand anymore. I rarely see a soul these days. Don't you understand? The elves are coming. Elves? That reminds me of a story. I'll tell you of it, if you have a minute. Ah. It happened decades ago, when I was still young. Es geschah vor der 10, als ich noch jung war. Die Geschichte des einsamen Magiers der Schwarz-Eiche.